Ich will spielen! Los! Ach, was ist das? Du wachst! Wann machen wir? Ich will an den Turnamen spielen! Los! Starte das Verband beim Spielen! Starte! Wachst! Schnell, du Hurensohn, ich wachst mir an! Ich sag's nicht noch einmal! Los! Aufstände! Ach! Was ist das denn? Oh mein Gott, was ist geschehen? Ich will an den Turnamen spielen! Es lädt! Es lädt! Ich will nicht, dass es lädt! Wenn es lädt, dann muss man ja ganz lange warten! Ich bin am lieb! Ich will nicht mehr probieren, ich will an den Tegel mehr leben! world of surprise! Th-th-th-th-th. Scheiße! Du und Juni, ich werde dich umbringen! Aaaaah! Das ist der Pellere! Aaaaaah! Das ist der Pellere! Aaaaaah! Uaaaaaah! Ja! Ja! Ich drücke auf Pellere! Uaaaaaaaaaa! Uaaaaaaaah! Der, der, der ist kein Knopf, der ist kein Knopf. Wo ist der? 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 So, ich brauche keinen Hilfe für unsere Brücke. Ich brauche keinen Hilfe. Ich brauche keinen Hilfe. So, der Ragnar, weil sein Sack macht es. So, jetzt mache ich nicht mehr. Ich brauche keinen Hilfe für unsere Brücke. Genau, er gibt nichts. Ich werde euch fertig machen. Ich werde euch einfach fertig machen. Ach, frisst das, du Hurtung? Ich werde dich fertig machen. Ja, ich habe ihn umgebracht. Ja, ich werde dich alle töten. Ja, frisst das, du Hurtung? Ohr und Sohn! Ich werde dich fertig machen. Ich werde dich fertig machen. Ich werde dich einfach abknallen. Mit der Sohn's Raffel, ich werde dich einfach abknallen. Ohr und Sohn, was ist los? Woher kommt die Schisserei? Mein Führer, darf ich Ihnen zum Geburtstag gratulieren? Mein Führer, das Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Granaten sind in dichter Folge am Brandenburger Tor, am Reichstag und bis hin zum Bahnhof Friedrichstraße eingeschlagen. Von wo kommt der Beschuss? Mein Führer, wir haben noch keine Meldung. Ich spreche gerade mit Koller. Koller, geben Sie mir Koller. Koller. Sie wissen nun, dass Berlin auf der Artillerie vererregt. Hören Sie den Beschuss, nicht? Was? Schnell, du Hurensohn, ich war's. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Ohren haben. Ich habe mich an den Städtkern! Ja! Oh, frisch das, du Hurensohn! Da nur zwölf Kilometer bist du Städtkern, ist der Russe schon so nah? Man möchte die ganze Luftwaffenführung sofort aufringen! Das ist unerhört. Unerhört. Der Russe steckt zwölf Kilometer vom Städtkern und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Mein Führer, vielleicht handelt es sich ja wirklich um Fernfeuer. Sie erwähnten eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Ach, Unsinn!